Jetzt befinden wir uns hier gerade am Fernsehturm. Die Sportler machen sich hier alle warm. Für Berlin fliegt. Und gleich geht's los. Vierländerkampf. Stabhochsprung. Weitsprung. Und 30 Meter Sport. Und wie ihr seht, ich bin auch hier. Ich bin der Ersatzmann für alle Disziplinen. Wenn jemand ausfällt, bin ich am Start. Berlin fliegt. Was für eine Kulisse. Der Berliner Dom. Marienkirche. Fernsehturm. Roter Rathaus. Da stehen sie alle und gucken zu. Mega. Jetzt. Am Alexanderplatz.